hallo und herzlich willkommen bei bad dog gamble ich bin natürlich auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel afk erhina viel spaß ok da sind wir und es geht los erst mal das hier ein moment schon lange nicht mehr gespielt schon eine quest fertig was wir machen ist die days fertig ich probiere es mindestens aber eigentlich hierbei schafft das eigentlich immer bei afk arena sollte also kein problem sein ja Hier war doch was irgendwie mit ... Ach, hier ist das. Beginn der Einkampf. Immer noch Beginn der Einkampf. Ach, der ist mein Neuer, den ich für drei Tage bekommen habe. Also, wo ich mir das Spiel runtergedacht habe, kann man die Nachricht verbringen. Hier, dieser Charakter kannst du drei Tage testen. Okay. Okay. Steigere deine Helm-Level-Heimer an. Okay. 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 Verbessere deine Rüstung einmal. Okay. Machen wir. Okay. 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 So階sten wie dann an dem aber auch noch. Der Gilden Boss. oder die gilt in red besser gesagt das spiel ist gut ganz schnell die dailies fertig 10 minuten wenn überhaupt ja doch ich sag mal 10 minuten also eigentlich bin ich schon fertig jetzt mal nur schnell hier die anderen Questa auch noch fertig ok gleich noch mal gucken ob ich von ein paar charakteren den rang erhöhen kann aber ich glaube nicht ich habe ja eigentlich keinen neuen charakter bekommen für den einen einmal gucken 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 ein Kampf in der arena wenn wir hier beim turnier jemanden daumen hoch geben ach starb gelaufen ich fahr trotzdem in den turnier rein ich bin platz 51 was ich bin nicht platz 51 ich bin platz 51 die meinen wahrscheinlich über platz 51 sind wir ja oh jo die quäste auch noch oh jo die quest'ine auch noch den und den senden zwei goldene und hier brauchen wir noch noch einen goldenen zack noch einen goldenen und der letzte den und den senden und den senden auch fertig okay das waren die ganzen dailies das war es noch fünf leute das haben wir alle dailies gemacht wie gesagt ich wollte noch einmal kurz gucken nach den aufsteigen wenn ich jemanden aufsteigen mache ich das ja immer nur mit den gleichen charakteren jetzt brauche ich davon jetzt noch mal zwei von denen hier habe ich nur einen ich habe ich nicht habe ich nicht ne ne gibt's nicht also ich könnte jemanden einen rang aufsteigen lassen allerdings das muss ich dann in anderen charakter dafür nehmen so darf ich doch so warte mal das ist der ist schon ein rang höher ne ne hier ist ein rang höher der ist an der ecke des dings gut dann werde ich mir sagen das war es weiter ich schaue ich schaue noch mal schnell nach die roten punkte das geht ja ganz schnell hier was mir ganze geschenke erbrüllen was vergessen events 2 6 2 4 5 6 7 7 7 8 9 10 10 10 Oh, da war ein Charakter. Oh, die habe ich doch geklappt. Oh, da war ein Charakter. Oh, da gibt es wieder Zeit. Was, es gibt wieder Zeit. Demnächst verfügbar. Okay, weiter geht's. Okay. 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 Hmm. Okay. Da haben wir schon einen drin, von mir sogar. Ich lasse meine, der sagt zwar immer, ich soll die besseren reinpacken, aber ich lasse überhaupt meine Leute drin. Die neue Person, die ich habe. Die Geschichte einmal lesen und 100 Diamanten abholen war das glaube ich. Ja, da. Das ist aber eine lange Geschichte. Die habe ich alle, hier die habe ich auch alle, das finde ich auch diese hier. Ja. Und dann sind wir bei dem Punkt, was später immer kommt. Ja. Demnächst verfügbar. Gut, dann war es das für heute. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Dicke Trönen. tschü tschü